Warum kommen die Frauen zu uns? Eine meiner ersten Patientinnen war eine junge Dame, die mir gesagt hatte, sie hatte sich noch niemals bei Licht ihrem Mann gezeigt nach der Operation. War sie so glücklich und ihr Sexualleben hat sich völlig verändert. Sie ist eine gelöste und glückliche Frau und hat mir gesagt, Doktor, ich wurde von meinem Gynäkologen weggeschickt und mit den Worten, es sieht alles normal aus. Das liegt natürlich immer im Bereich des Betrachters, was ist normal, was ist nicht normal. Wenn Sie sich unglücklich fühlen und unwohl fühlen oder auch funktionelle Beschwerden haben, kann ich Ihnen versichern, ich kann Ihnen sehr gut helfen, meine Erfahrung ist sehr ausreichend in nahezu jedem Gebiet der weiblichen Genitalchirurgie und ich kann Ihnen versichern, Sie werden Ihre Entscheidung für diesen Eingriff nicht bereuen.